Wo genau haben die das gemacht? Okay, Digger, können wir bitte einmal kurz festhalten, dass er Rollen um den Kopf gewickelt bekommt? Liege auf dem Boden. Link gelöscht? Was ist denn Link gelöscht? Achso, hast du da einen Link reingepostet? Achso, dass er irgendwelche Rollen auf den Kopf gewickelt bekommen hat. Das ist wirklich zu wild. Achso, der hat gedacht, das wäre ein Link, weil du da einen Punkt ohne Leerzeichen gesetzt hast. Das ist wirklich zu wild. Ich dachte auch so, was? Digga, hä, was? Das ist so dumm, ey. Das ist wirklich so dumm. Ab morgens habe ich heute noch nicht geschafft, haben wir auch wieder neue Alerts, unter anderem, was sagt er da nochmal? Wir sind alle Sternenstaub. Und wir sind der Verein, ihr seid es nicht? Ja, ja. Diese Alerts gibt es dann ab morgen auch am Start. Morgen übrigens ab 21 Uhr Stream und dann machen wir erstmal ein bisschen Tommy's Coffee Talk und ab 22 Uhr kommt der Splashy dazu. Da machen wir mal auch ein bisschen Kaderplanung und so weiter und reden ein bisschen über Hertha. Smoky Charizard, danke für großzügig 500 Bits. Kohfeldt Bits, not like this. Ja, Dito, mein Lieber. Aber ich like, dass du hier so großzügig 500 Bits reinflankst. Vielen, vielen Dank. Bin gespannt auf Pals Tagebuch, Analyse exklusiv in der Sportbild. Mal gucken, wo die dann am Ende landet und wer da Mehrwert hat und wer nicht. Mehrwert. So, jetzt mache ich hier nochmal kurz Werbung für meinen Partner diesen Monat. Die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist natürlich redundant, weil ihr natürlich in jedem Stream dabei seid. Aber, wenn ihr OneFootball noch nicht kennt und noch nicht habt, ladet die App euch gerne mal runter. Da erfahrt ihr auch alles rund um die Hertha und um die Welt des Fußballs. Die App ist kostenlos, kann ich euch empfehlen, nutze ich selbst. Und ihr unterstützt mich, wenn ihr sie euch runterladet. Also eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. So, und jetzt reden wir erstmal ein bisschen ganz kurz, weil es hat jetzt bei mir nicht mehr ins Video geschafft, über Marius Gersbeck und Christensen. Also Christensen soll wohl laut BILD bei Brighton im Gespräch sein. Brighton erfreut sich ja anscheinend öfter mal Spielern aus der Bundesliga und scheint da ein Auge drauf zu haben. Pascal Groß hätte ja auch keiner gedacht, dass der da so eine, Achtung, Wortwitz, große Karriere startet. Jetzt vielleicht noch an Dahoud interessiert. Udnaf ist ja noch da. Und sie haben ja eigentlich einen sehr guten Keeper, der, denke ich mal, auch weiterhin Stammkeeper sein oder bleiben wird mit Sanchez. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie Christensen als Nummer zwei haben wollen. Ich meine, die spielen ja eventuell auch nächstes Jahr international. Europa League und Brighton, die haben auch einen Besitzer. Die haben viel Geld, da verdienen die Spieler viel Kohle. Auch wenn man immer so denkt, das ist so der Underdog, der da oben mitspielt. Ja, ist es ja auch, weil die anderen Klubs halt noch mehr bezahlen. Aber ja, Christensen, was sagt ihr denn? Also ich sage, wir haben drei Millionen bezahlt. Wenn du derzeit für einen Spieler mehr Geld bekommst, als wir bezahlt haben, viereinhalb Millionen. Christensen hat sich echt gemacht in den letzten Spielen, hat sicherlich auch weiterhin Entwicklungspotenzial, wird aber auch kein allzu geringes Gehalt haben. Wir werden es schwer haben, ein Schwolo loszuwerden. Also wenn wir viereinhalb Millionen für Christensen bekommen, dann musst du ihn gehen lassen. Ich würde mir natürlich wünschen, das wird jetzt nicht mehr gehen. Wahrscheinlich werden die Lottger, nachdem sie mit ihm verlängert haben und er in der dritten Liga so eine fantastische Saison bei Dortmund 2 gespielt hat, werden sie ihn auch nicht mehr für eine Million abgeben, wie letztes Jahr, wo wir das hätten machen können. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir Lotti zurückholen. Aber auch Gersbeck ist natürlich cool. Ich weiß nicht, kannst du auch als Nummer eins mit reingehen? Ist ja jetzt mittlerweile auch kein allzu junger Keeper mehr, 27. Ich habe mir das hier nochmal aufgeschrieben. Für uns hat er ja für die erste Mannschaft nur ein Spiel gemacht, dieses legendäre damals in Dortmund da. Für Hertha 2 hat er ja damals 26 Partien absolviert. Für den KSC ist er mittlerweile, wird er dann bald auf seine 100. Partie kommen jetzt, 99 Spiele. Für Osnabrück, da haben wir ihn ja auch mal zwei Jahre hinverliehen, hat er auch 74 Spiele gemacht. Also ich finde, er ist ein guter Keeper mit tollen Reaktionen auf der Linie. Er ist nicht so krass klein, 1,87, aber ist halt auch nicht richtig groß. Ist jetzt kein Fiedler, aber ist jetzt halt auch kein Dropny, der die Bälle im Stehen wegpflückt. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt 4,5 Millionen für Christensen kriegst und für 350.000 Euro, wenn es stimmt, was die BILD sagt und wenn du gerade gesagt hast, Lil Benzi, das wurde von einem KSC-Offiziellen schon bestätigt und du kannst 350.000 für einen Gersbeck, der selber absoluter Hertha-Fan ist, wo man es weiß, der auch in der Kurve stand und auch bei Auswärtsspielen mit dabei war. Wenn du dann 350.000 Euro für den bezahlst, dann kannst du es machen, weiß aber nicht, ob ich mir dann noch irgendjemanden dazu holen würde. Also muss man dann gucken, wie viel traut man einem Tiag Ernst zu, einem Gola, einem Quasigroch, Tschuck hat man auch noch. Das muss man sich dann fragen, 250.000. Also die Klausel soll ja tatsächlich, das habe ich auch noch nie gehört, 250.000 Euro sein und die soll damals in den Vertrag reingeschrieben worden sein, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, von Michael Preetz, als er abgegeben wurde, nachdem er dann ja immer ausgeliehen war und da gut performt hat, aber sich dann bei uns nicht durchsetzen konnte. Und dann hat man ihn verkauft für nur 100.000 Euro und die Klausel besteht weiter, obwohl er einen neuen Vertrag unterschrieben hat, habe ich auch selten gehört. Aber bei ihm, weil er so ein krasser Hertha-Fan ist und dann ja auch noch zum KSC gegangen ist, könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwie auch auf diese Klausel bestanden hat, dass er die immer drin hat, auch beim Verlängern. Und ich meine, der hat auch immer einen Marktwert, obwohl er bis glaube ich 2025 Vertrag, er hat einen Marktwert von rund 800.000, wäre natürlich ein günstiger Deal, den du machen musst. Ja, könnte auch die Nummer 1 sein. Ich weiß nicht, braucht man dann noch jemand anderen? Ist ja jetzt so viel schlechter als ein Oliver Christensen. Oliver Christensen, hätte ich vor der Saison gedacht, hat vielleicht noch mehr Potenzial. Jetzt hat er ja auch was gezeigt, ne? Jetzt hat er ja auch was gezeigt, aber im Laufe der Saison, gut, 1. Liga ist natürlich auch was anderes als 2. Liga. Wie gesagt, Traumlösung, wer Lotka identifizieren kann ich mich mega mit dem Wechsel von ihm. Und ich finde, er ist wirklich ein guter Keeper, gerade auf der Linie, wenn man sich so KSC-Spiele anguckt. Er hat auch einen super Notenschnitt in der 2. Liga, 2,9. Ist ein super Schnitt, ist Zweitliga erfahren. Wie gesagt, macht jetzt Sinn. 100. Spiel bald auch für den KSC. Finde ich interessant. Klaas schreibt, Gersbeck für 250.000 holen und Christensen 2 Millionen aufwärts weg. Ist ein No-Brainer, das muss man machen. Und Kai und Marius kennen sich vielleicht noch aus der Kurve. Meinst du, dass das nicht ein bisschen später war, wo er an der Kurve war? Der ist 27. Ich weiß ja nicht, wie früh er angefangen hat. Also ich habe in der Kurve mit Colin angefangen. Und ich bin, glaube ich, ich bin ja natürlich jünger als Gersbeck, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen älter als Gersbeck. Aber unabhängig davon, das ist für den selber wahrscheinlich weiterhin einfach ein Traum, das zu machen, für Hertha in der ersten Mannschaft zu spielen. Was schätzt ihr ein? Würdet ihr sagen, Gersbeck reicht aus als Nummer 1? Zumindest mal für die Zweitligasaison. Aber wie gesagt, wenn Brighton wirklich 4,5 Millionen bezahlt und für Brighton, selbst für einen Ersatzkeeper, sind 4,5 Millionen gar nichts. 4,5 Millionen sind für die gar nichts. Für einen Ersatzkeeper, der ein Jahr jetzt Bundesliga gespielt hat, wenn auch nicht überdurchschnittlich gut. Aber sie kriegen einen erfahrenen mit Entwicklungspotenzial und was willst du da machen? Und wir hätten quasi, wenn es wirklich 4,5 Millionen werden sollten, ist ja jetzt erstmal alles nur Gerüchteküche am Brodeln und so weiter. Aber wir hätten einfach mal mehr als 4 Millionen plus gemacht und noch einen super Keeper, der sich auch noch mit dem Verein identifiziert. Also ich sehe hier auch nur als Nummer 1, ja, ja, safe, jupp, ja, klingt super, ja, für die zweite safe, ja. Also ich finde Gersbeck auch super. Und der bringt auch die Mentalität mit, die wir jetzt wollen. Also er wäre auch einer, finde ich, der im Tor ein Führungsspieler sein kann, ähnlich wie ein Lottger. Auch wenn ihr wisst, ich als alter Lottie-Fanboy, das wäre natürlich ein Traum, aber ein Gersbeck wäre geil. Alleine mit dem zusammen dann auch zu feiern, mit der Kurve zusammen, wäre schon geil. Goldmann schreibt, also auf Christensinn bezogen, er muss zwangsläufig weg, falls wir auf Schwolli sitzen bleiben. In der zweiten Liga wird er vielleicht auch wieder sicherer, wenn der Erfolg kommt. Ja, es kann halt wirklich gut sein, dass wir auf Schwolli sitzen bleiben. Wenn er wirklich 3 Millionen verdient, dann hat er natürlich auch fette Gehaltseinbußen, muss man sagen. Und dass wir, das haben ja schon viele vorher von uns vermutet, inklusive mir, dass wir eigentlich lieber Schwolli wahrscheinlich als Christen loswerden wollen würden. Aber dass der Markt wahrscheinlich lieber Christen sind will als Schwolli, ist einfach klar. Ist einfach klar. Und wahrscheinlich ist das Gehalt, was wir zahlen, für Brighton ganz einfach zu verdoppeln für Christensinn. Weil ich glaube nicht, dass er ein fettes Millionengehalt hat. Und trotzdem ist es für die noch einigermaßen günstig, für eine gute Nummer 2. Ich glaube aber auch, wie ihr sagt, dass man, wenn man einen Marius Gersbeck holt, dass man ihn holt als Nummer 1. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt zu uns wechselt. Auch da brauchen wir dann wieder den Trainer, der sagt, ey, ich setze auf dich. Ich glaube nicht, dass man einen Marius Gersbeck jetzt holt und sagt, ja, dann geh mal in einen Zweikampf mit unserem anderen Keeper. Aber es ist natürlich immer ein Zweikampf. Vielleicht setzt sich auch Schwolli wieder durch. Aber entweder er will einfach zu Hertha zurück, weil es seine Liebe ist und auch seine Heimatstadt. Beziehungsweise ich glaube, er kommt sogar aus Brandenburg. Der ist ja schon, seit er ganz, ganz klein ist bei Hertha gewesen. Ich glaube, seit er 8 war, ist er bei Hertha. Oder er will halt, sagt halt, ja, ich gehe nur hierher, wenn ich Nummer 1 werde. Das kann ich nicht so ganz einschätzen. Nein, Schwolli können wir sicherlich nicht in Richtung England loswerden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Marius, danke für dein Prime-Abo, mein Lieber. 14 Monate schon, Wahnsinn. Gersbeck für die zweite Liga ist mega solide, einer der besten Keeper der Liga. Falls man wieder aufsteigt, müsste man sich dann aber nochmal umschauen. Das finde ich auch, aus finanzieller Sicht muss man den Transfer aber machen. Ja, also finanzielle Sicht wäre richtig stark. Dann hätten wir, wenn wir jetzt mal so von 4,2 Millionen, oder sagen wir mal 4 Millionen Überschuss, dann hätten wir jetzt schon knapp 10,5 Millionen, 10 Millionen eingenommen mit Santi und Alderete zusammen. Was echt stark wäre dafür, dass wir das Transferfenster ja offiziell noch nicht mal geöffnet hat. Und du hättest schon gleich einen Ersatz. Also das muss man auch einen starken Ersatz. Also einen Kickernotenschnitt von 2,9 als KSC-Kriper kriegst du nicht so. Also ich glaube, einer der besten Keeper, oder ich glaube, der beste Keeper für mich in der zweiten Liga ist dieses Jahr Schuhen. Hat auch wieder eine Glanzleistung gehabt mit Darmstadt gegen Magdeburg. Jetzt kann ich mal kurz gucken, was Schuhen für eine Kicker-Durchschnittsnote hat. Aber der war für mich auf jeden Fall einer der Top-Keeper dieses Jahr, weil ich da auch viele Spiele gesehen habe. Und Schuhen hat eine Durchschnittsnote beim Kicker von 2,56. Also nochmal besser, aber 2,9 ist eine sehr, sehr stabile Note. Und ihr wisst ja, wie der Kicker immer bewertet bei Mannschaften, die jetzt nicht zu den absoluten Top-Clubs in einer Liga gehören. Mario schreibt, Gersbeck bei einer Aufstiegsfeier wäre schon geil, aber das mit Schwulli wird ein Problem. Da kriegen wir maximal als Laie los, wahrscheinlich schon. Und dann wird es auch noch schwer mit Gehalt, selbst wenn er 40 Prozent weniger verdient, auch trotzdem. Laki Pantelic, Dank von der Bitz, fragt doch Pal, der müsste Gersbeck doch gut kennen, ob er ihn haben will. Ja, ich hoffe, dass es so gemacht wird dann auch. Daniel schreibt, ich bin mal richtig gespannt, was mit einem Seevolk passiert. Wer will den denn noch haben? Ich, Digga. Ich auf der Acht. Ja, vielleicht hat der Markt noch in den Niederlanden, bei so einem Abstiegskandidaten oder so. Aber ich kann halt auch nicht einschätzen, was sein Gehalt ist. Also der wird wahrscheinlich nicht wenig verdienen. Das waren noch die goldenen Zeiten, wo mich IP ordentlich Geld herausgehauen hat. Wir haben ja immerhin 4 Millionen für ihn bezahlt damals. Also der wird wahrscheinlich schon ordentlich verdienen. Also ich, verbessert mich da gerne. Ich kenne Gersbeck jetzt nicht als grandiosen Fußballer, was heißt grandiosen Fußballer, nicht wie ein, sag ich mal jetzt Heuer Fernandes so, der für mich in der zweiten Liga so einer der besten fußballerischen Torhüter ist. Auch wenn der natürlich auch mal Fehler drin hat, aber der spielt halt richtig mit. So kenne ich Gersbeck jetzt nicht. Ich kenne ihn aber auch nicht so wie einen Christensen, der wirklich, oder wie ein Thomas Kraft damals. Also so ist er für mich auch nicht. Aber ist jetzt auch nicht der, wo ich sage, boah, hat der eine geile Spieleröffnung. Aber korrigiert mich da gerne. Und bei, ja. Was sagt ihr denn dazu, dass tatsächlich, ich finde es ja gut, aber hätte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Und dann fangen wir auch gleich an mit der Reaction auf den HOH-Podcast. Was sagt ihr denn dazu, dass tatsächlich dieser Investoren-Deal nicht durchgegangen ist? Also ich glaube, die hätten auch wieder eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Eine Mehrheit an sich hatten sie, aber keine Zweidrittelmehrheit. Und es haben sich irgendwie fünf von den 38 Profiteams enthalten. Es gab ein paar, die ja öffentlich gesagt haben von den Profiteams, dass sie dagegen sind. Ich glaube, St. Pauli und Köln unter anderem. Ein paar waren offiziell dafür. Und unter anderem auch Frankfurt, weil da natürlich auch der Typ her ist, der dafür war. Und Bochum hat vorher einen Antrag gestellt, dass man nicht öffentlich macht, wer wie abgestimmt hat. Da kannst du dir ja eigentlich schon denken, wie Bochum dann abgestimmt hat. Watzka hat sich dann darüber aufgeregt. In dem Sinne, wie kann man bei so einer essentiellen Frage sich enthalten? Ist eine legitime Frage, ist ein bisschen Angsthasen-Modus. Also habt doch dann wenigstens eine klare Haltung, sei dafür oder dagegen. Aber dann hat er vielleicht von dem einen Mitglied, der da mal ein paar Sachen so Thomas Herrig gesagt hat, hat er vielleicht ein bisschen Wirkung getragen. Ich glaube, dass ein Investorin hier an sich Sinn machen kann für eine Bundesliga. Aber so wie das System ist, wie es geplant war, wie es fließen soll. Wir hatten uns ja dazu mal eine Doku angeguckt, glaube ich, vor einer Sportschau. Muss ich sagen, hätte ich es auch kritisch gesehen. Und ich fand die kritischen Punkte, die von dem Ökonom da kamen, der für Köln das macht, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, fand ich eigentlich sehr nachvollziehbar, warum sie dagegen gestimmt haben. Der hat ja zum Beispiel gesagt, ey, ja, Investoren, okay, aber du kannst auch mit weniger in dem Sinne Mitbestimmung das regeln, indem du einfach, die sagen ja, es gibt keine Mitbestimmung, das kennen wir ja immer, aber indem du dir lieber ein Darlehen nimmst oder so, um deine Ziele zu erreichen. Und nicht so eine Wette auf die Zukunft eingehen und dafür dann dich verkauft zu haben. Warum nicht so die Ziele umsetzen? Was haltet ihr denn davon? Der DFL wurde von den Vereinen gezeigt, dass nicht alles möglich ist, finde ich, ja, sagt Berlin Subs. Mondprinzessin, grüß dich, meine Liebe. Zeitung hat geschrieben, dass er bei 1,5 Millionen Gehalt ist, also Seevolk, ja, kann man immer nicht einschätzen, wie viel Wahrheit da drin ist, die schreiben ja auch jedes Mal was anderes bei den Gehältern. Teilweise die gleiche Zeitung schreibt in einem Jahr so ein Gehalt und im anderen Jahr so ein Gehalt. Sind da die möglichen Prämien mit drin im Best Case, sind die nicht mit drin, ist es brutto, brutto ist es meistens schon, aber ja. Ja, mal gucken, wie das weitergeht auf jeden Fall. War auf jeden Fall krass, als ich heute diese Benachrichtigung bekommen habe, auch mit der DFL. Bin mal gespannt, was da als nächster, ich glaube, Watzke war ja auch einer, der sehr befürwortet hat, aber Dortmund, Bayern und die anderen Top-Klubs wären halt auch die größten Profiteure gewesen davon. Wäre aber, to be honest, sehr ehrenlos gegenüber KSC, finde wir sollten ihn im Gegenzug ernst oder so verleihen. Ja, aber es ist halt auch trotzdem noch ein Fußballgeschäft und da zählt dann meistens ja da so nicht die Freundschaft, aber für die ist schon sehr bitter, ne? Ein jahrelanger solider Stammkeeper in der zweiten Liga für so einen Appel und ein Ei. Andersrum haben die den ja auch damals echt günstig bekommen für 100.000. Aber klar, wieso denen dafür nicht irgendeinen leihen, den wir eh weiterentwickeln wollen, ne? Vielleicht meinetwegen, wenn du einen jungen Keeper hast, auch über zwei Jahre vorher nochmal mit dem verlängern und über zwei Jahre verleihen. Warum nicht? Gerade wenn du dann Schwolo hältst, warum nicht einen Tiag Ernst verleihen? Hast du absolut recht, Lil Bensi, an KSC. Berlin Zabsch schreibt nochmal zur DFL, es hat einen Faden beigeschmackt, wenn die Liga sich verkauft. Ja, und die, ganz ehrlich, die Ängste auch von, die ja zumindest die aktiven Fanszenen immer gezeigt haben, mit jetzt wird der Spieltag noch mehr gesplittet und was weiß ich, was noch alles passiert, irgendwelche Finalspiele in anderen Ländern, die sind ja nicht unbegründet gewesen. Und wenn man überlegt, klar, Zinsen sind im Moment teuer, aber wir hätten ja auch Gewinnabgaben gehabt gegenüber dem Investor. Also warum nicht, wie der Kölner das vorgestellt hat, warum nicht, wenn man so eine Ziele hat, die nur mit mehr Investitionen zu realisieren sind, warum dann nicht lieber einen Kredit aufnehmen anstatt einen Investor? Melki schreibt, Gehaltsobergrenzen in den Fußball, in den Vordergrund rücken lassen, scheiß auf internationalen Fußball und Fernsehrechte. Fußball ist für Fans da, nicht für Investoren. Alle Fans müssen streiken ein Jahr lang, dann würde man merken, was fehlt. Ja, es ist halt die Frage, ob, ich meine, da hängt ja ein bisschen mehr dran, als einfach nur zu sagen, also da hängen so viele Arbeitsplätze auch dran, da hängt so viel in der Organisation dran, das funktioniert ja nicht. Dass du einfach als ein Verband sagst, wir machen eine Gehaltsobergrenze, das müsste von der FIFA passieren, wenn dann. Und die wird das nicht machen. Wobei die ja jetzt schon Interesse daran hat, FIFA oder UEFA, ich weiß gar nicht, die haben ja Interessen daran, also ich fände es auch gut, aber es müsste zentralisiert dann geschehen und nicht nur in Deutschland. Die haben Interessen daran, jetzt irgendwie für die Spielerberater das einzudämmen, habe ich mitbekommen. Goldmann hat eine andere Meinung zum DFL-Deal. Kann man dagegen sein? Werden wir international abgehängt und freuen uns, wenn Bayern das Achtelfinale erreicht? Ja, aber ist es denn zwangsläufig gegeben, nur weil da mehr Geld da ist, dass die Clubs da nicht abgehängt werden? Das ist ja auch nur für ein paar Jahre dann Geld da. Das ist ja nicht dauerhaft so. Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, was spricht dagegen, das über ein Darlehen zu finanzieren? Gut, hier der DFL-Vorsitzende meinte ja, wir haben ein Darlehen geprüft, funktioniert so nicht in dem Rahmen, das über Finanzierung laufen zu lassen. Ich glaube, das ist für uns auch schwer einzuschätzen.